ja hallo freunde es ist wieder soweit kassel trader zeit und heute mal ein absolutes spezial video wieder ein schönes wix core ladder 111 hedge system kostenlos auf youtube da wird mich wieder der ein oder andere hassen für aber man kann es halt nicht ändern ja um was geht es dabei da kommen wir gleich zu einer kurze werbung zoom wer noch fragen dann später dazu hat der kann ja einfach über zoom bei mir melden also nicht über zoom er meldet sich bei mir für eine zoomstunde oder für zwei oder für drei oder vier oder fünf tradescanner o4b indikator ist auch klar nehme ich mal an income strangle webinar kurze werbung fünf plätze frei deine schicht im schach 50 mann diesmal letztes mal 25 jetzt 50 vielleicht mal das nächste mal 75 es wird aber kein nächstes mal so schnell geben ich denke mal im herbst vielleicht aber auch ein ganz anderes webinar andere strategien hedge seminar oder was auch immer webinar seminare mache ich ja gar nicht jetzt fangen wir mal an mit dem wix core ladder 111 hedge system für zero-cost-hatching wir müssen ja nicht immer kohle ausgeben aber merkt euch immer wo irgendwas gut ist nur freude kostenloses hedging ist natürlich auch irgendwas irgendwas ein bisschen blöd in dem fall ist es aber relativ gut handelbar oder eigentlich ziemlich easy sogar so dass wir eigentlich das ding ganz entspannt handeln können und das das ganze jahr durch und auch noch mit der 20k regel weil natürlich long gebühren für long optionen an die sind aber nicht so hoch so dass man das als hauptsystem vielleicht kommen in kombination mit teenies schon ganz gut machen kann geben auch direkt gast merkt fünf plätze wird das danach wieder kommt oh hätte ich das mal vorher gewusst wie beim ersten mal ja also hedging kostet geld aber nicht immer deutschland mit 20k regel noch umsetzbar habe ich jetzt mal hingeschrieben natürlich kostet geld aber ihr braucht jetzt nicht wie bei bei dem put back ratio system da braucht ihr ja zehntausende von euro aufs jahr gerechnet die ihr nicht anrechnen können das macht ja keinen sinn also vorstellung regelwerk strategie wir handeln ein 111 also quasi ratio letter system ratio verhältnis auf den wegs die strategie soll initial keine hedging kosten oder hedging kosten verursachen die strategie kann rotieren immer jeden monat für monat für monat für monat durchgehend das ganze jahr aufgesetzt werden also jetzt fangen wir verkaufen nur fort wir verkaufen deep in the money irgendwo um delta 80 das kann 79 sein 81 80 irgendwo in dem dreh verkaufen in short call auf den wegs den finanzieren wir mit zwei je ein punkt voneinander entfernten long calls wenn man die am short call long call long call nebeneinander also sagen wir jetzt wix 14 und wix 15 da haben wir die die longs drauf die long calls drauf man kann ja natürlich auch auf einen strike theoretisch liegen legen dann haben wir ein call back ratio system jetzt haben wir einen call letter leiter wir sparen die sprossen nach rechts auf ja wir wählen wir wählen jeden monat den wix mit zocker 120 dd laufzeit auf und wir setzen vier tranchen wir setzen vier tranchen im rennen das habe ich denn da geschrieben wir setzen ach das hatte ich vorher anders gerieben wir setzen vier tranchen alle 30 tage also jeden monat auf also so ein aufgesetztes system läuft quasi vier monate aber dadurch dass wir es jeden monat ja jeden monat neu machen läuft eigentlich das ganze jahr wenn wir es nur einmal aufsetzen dann würde so ein ja eine ein round turn quasi vier monate dauern aber wir machen das jeden monat fortlaufen wir wollten ja immer gehätscht haben weil wir wissen ja nicht wann wann was knallt oder wann halten man nicht knallt so jetzt wichtig wie gesagt solche sachen kann man dann auch noch in zoom machen ich kann ja jetzt hier kinder sieben stunden alles im kleinsten detail machen weil es relativ easy ich denke mal 80 prozent von euch die kriegen das schon so hin danach der maximale verlust sollte maximal ein prozent das ist auch geil der maximale verlust sollte maximal ein prozent in vier monaten eures netto liquidierungs wert betragen also ein prozent maximales risiko na jede strategie hat ja irgendwo ein risiko das maximale risiko sollte in den vier monaten nur 30 30 30 30 30 im monat fünf geht es wieder von vorne los zeige ich euch gleich nicht einfach nicht mehr als ein prozent also ein prozent für die strategie dauerhaft auf euren netto liquidierungs wert solltet ihr nicht brauchen verbrauchen also 0,25 pro monat sind es ja dann vier mal 0,25 ist wieder ein monat also hast zum beispiel ein kontostand von 100.000 dollar auf dem konto wären ein prozent in vier monaten 1000 dollar also riskierst du jeden monat mit einem ja wix letter trade maximal 250 das ist das maximale risiko das heißt nicht dass wir das jetzt jeden monat verlieren wir wollen das auch gar nicht verlieren es ist aber das maximale risiko genau dasselbe wie mit einem spread ihr macht ein bull put spread ihr kriegt 100 dollar ihr habt fünf punkte spread dann habt ihr maximales risiko von 500 dollar ihr habt aber eine ausstiegsregel von 200 prozent ihr habt 100 gekriegt 200 prozent regel ihr verliert 200 aber das maximale risiko ist ja trotzdem immer noch 500 aber das heißt ja nicht dass du bei 200 prozent rauskommt vielleicht irgendwas bei 233 prozent oder so so muss man das halt in die kalkulation erst mal mit reinnehmen dass man weiß okay maximal wenn alle stricke reisen würde ich ein prozent vom konto verlieren ist aber relativ unwahrscheinlich weil wir können ganz entspannt hier aussteigen wenn das ding einfach gegen uns läuft so der take profit liegt bei 150 prozent der kosten des ersten longs short call short call long call long call den preis von der mitte mal 2,5 oder plus 150 prozent das könnte ja dann wahrscheinlich selber ausrechnen mit dem taschenrechner das wäre unser take profit zeige ich euch wie gesagt jetzt ist ja erstmal nur text hier aber dann haben wir es schon mal stehen kann man dann immer hin und her man kann sich ausdrucken später das video noch dreimal nachgucken neu gucken meine ich so wir wollen den maximalen verlust also 0,25 prozent von netlik also netto liquidierungswert pro monat steht ja oben links unter tbs wenn ihr das twitter dashboard eingeblendet habt oder ein prozent mit vier monaten nicht erreichen was ich eben schon sagte wie bei einem bull put spread 200 prozent regel meinetwegen wir rechnen aber dann müssen damit halt kalkulieren wir müssen ja immer alles einbeziehen was was könnte maximal verlieren auch wenn es unwahrscheinlich geht aber trotzdem muss man es ja wissen so der maximale verlust muss zum konto passen ist ja auch wieder logisch dass es einer 20 prozent riskiert oder sowas noch gegebenenfalls kann man noch den am strike minimal nach links oder rechts schieben option strad option net explorer keine ahnung was sie noch alle nehmen ja beziehungsweise immer auf den aktuellen loss achten und gegebenenfalls die position verlassen so um was geht es denn jetzt bei der ganzen kiste es geht natürlich um wix der lange ruhig ist und doch immer wieder starke wohler spikes im kurs macht ja ich habe jetzt einfach mal genommen das ist glaube ich der wix tageschart genau t da steht es auch noch mal ein tag von also von quasi jetzt hier april mai 2024 geht das hier bis 2021 dann seht ihr es schon in den phasen kostet ja ne kosten ist das falsche geld verdienen wir ja kein wir wollen ach ne verdienen ist aus falscher wort wir wollen das auch konto schützen es ist jetzt kein income trading was wir hier machen sondern ein schutz ein safety trading also wir wollen ja unser unser konto natürlich schützen also aber nichtsdestotrotz wir verdienen sie halt nix jetzt um es vereinfacht zu sagen du eierst hier oben machst hedge 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 wir kaufen teenies 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 wohlgemerkt das ist für black swan das ding ist für sagen wir scharfe korrekturen oder mal schnelle wohler spikes die ja immer wieder passieren das seht ihr hier am laufenden band was ich habe jetzt nur mal ein paar markante hier mal markiert die habe ich natürlich jetzt weggelassen hier sind wir ja jetzt schon irgendwo im märz 22 hier haben wir was mai 22 juli oder juni ist es noch sondern hier september oktober von hier von dem kleinen punkt bis hierhin da ist allein der wix von 22 punkten sage ich jetzt mal auf 35 also 13 punkte nach oben geknallt ne schon prädestiniert für unser system dann hier barm hier barm von selbst diese kleinen dinger das ist nicht von hier nach da sondern dieses kleine da wo die wo die pfeilspitze von dem gelben pfeil ist von 16 auf 22 auch sechsten halbe sechsein halb punkte hoch zack nach da nirgendwo ist die spitze hier von 12 auf 21 11 punkten hoch bam das sind hier keine ahnung das ist 10 15 tage sein wir setzen 120 tage auf ne bam 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 dann geht es los sollten das jetzt erst mal so ein bisschen als grundlegende einführung so plus die vola der vola steigt off mit an haben wir natürlich auch noch wenn der markt nach unten geht der s&p dann steigt der da die vola die iv auch an beim wix ist das so ähnlich ich habe jetzt mal hier aus kostenpflichtiges tool option net explorer habe ich mal genommen 24 januar 22 es sind ja ständig die dinge und ich habe jetzt den ja gerade auch gehabt weil ich das ding auch an auf herzen und nieren da überall durch teste immer da sieht das schon hier unten implizite volatilität im blau historische in grün die blaue ist ja meistens höher oder sehr oft höher als die grüne es wird immer heißer gekocht als gegessen wird das kennt ihr ja alles jetzt haben wir hier den wix index na ja das sind wir hier gut habe ich jetzt nicht drin weiß ich nicht gestiegen sind wir irgendwas gestiegen keine ahnung sagen wir von 12 auf ein paar und 20 hier hoch hier bapp 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 und dann seht ihr schon hier unten volatilität wenn wir hier unten wo wir anfangen wix niedrig wix geht runter vola geht sogar ein stück runter wix steigt papap bapp bapp wix macht noch einen schönen spike obendran dann haben wir eine spitze vola von 160,5 gestartet ist die bei 116 und auch hier unten ist das hier unten wo das grüne wo er anfängt zu steigen 116 auf 160 macht 44 iv punkte na wo nenn dich das jetzt mal weil Weil damit kann man später in OptionStrad, OptionNet Explorer und so weiter, E-Volatility und was es nicht alle gibt an Tools, kann man da seriös testen. Lasst euch nichts von Leuten erzählen, die euch irgendwelche wilden Strategievideos immer über Optionen zeigen. In OptionStrad unten an dem Regler. Hatte ich nämlich gestern im Zoom-Call erst. Ja, hauen wir mal den Regler um 150 Punkte nach rechts. Ja, wir müssen schon mit der Realität spielen. Und die kann man sich natürlich in gewissen Tools anzeigen lassen, wie die historisch gelaufen ist, wo die minimal lag, wo die dann teilweise maximal lag. Und dazwischen, die Wohler, die nimmt man. Also in dem Fall würde ich jetzt immer mal so eine, nicht immer, aber würde ich jetzt halt mal als Beispiel eine 44 Punkte Wohleranstieg nehmen, um das dann zu testen. In dem Programm, was passiert, mache ich Gewinn, mache ich Verlust, bringt es gar nichts. Hier sehen wir das ja dann auch immer, hier ist wenig, hier geht es hoch, hier ist ganz wenig. Kleiner Spike, hier irgendwo drin, hier ist jetzt ziemlich ruhig, hier ist es wieder tief, dann geht die Wohler ein bisschen hoch. Das hilft uns ja, wenn die Wohler ein bisschen mit steig geht, die T-Plus-Null-Linie, zusätzlich mit nach oben. So, jetzt geht es los. So sieht das Ding aus. Ich habe es euch mal gemalt hier, wieder, wieder Van Gogh. Also wir verkaufen Deep, also hier haben wir erstmal Wix, hier Bergholl-Letter, so heißt das Ding. 130 Tage, wir versuchen 120 zu kriegen. Es wird nicht immer genau klappen, aber man braucht immer irgendwie eine Kalkulation. Wir setzen das jeden Monat, also jetzt mal grob gesagt, alle 30 Tage mit 120 DTE auf. Also Deep in the Money. Wir haben aktuell einen Wix von, das hatte ich vorhin erst gemacht, 12,5, also 12,5,5. Deep in the Money, hier, Delta 10, da habe ich es mal blau markiert. Hier verkaufen wir einen Short Call, der hat ungefähr ein Delta von 80 oder 79, 80 irgendwas. Und den finanzieren wir, diese Prämie finanzieren wir hier mit zwei aufeinanderfolgenden Long Calls. Jetzt hier 13,5, da müssen wir dann ausprobieren. Diese beiden dürfen so viel kosten, wie wir hier bekommen haben. Im besten Fall machen wir das für einen ganz leichten Credit. Wirklich nur für einen ganz kleinen Credit, weil je mehr Credit ihr da haben wollt, wir wollen kein Geld mit dem Ding verdienen. Wir wollen, wenn es aber nach unten kracht und wir, entweder verlieren wir in unseren Income Strangles, wir verlieren in den Aktien, in den ETFs und keine Ahnung, und Future fliegt uns vielleicht auch noch um die Ohren, dann wollen wir unser, dann wollen wir safe sein. Und wenn nichts passiert, dann verdienen wir nichts und wir verlieren nichts. So ist unser Plan. So, das ist das Expiration-Profil. Ihr seht jetzt auch gleich, wie es aussieht, das ist jetzt hier am Ende, seht ihr das ja, Add Expiration, hier sind die 130 Tage, hier ist 0, hier ist 130, abgelaufen. Implied Volatility, 138% aktuell in der 130-Tage-Option im WIX. Na, ist ja auch schon mal gut zu wissen. So, hier, also wir stehen hier, gestrichelte Linie 12,5. Hier eröffnen wir den Trade. Wir sitzen genau über dem Death Valley, so heißt es, Teil des Todes, Teil der Tränen, keine Ahnung. Also, unser maximales Risiko, ja, wo liegt dann unser maximales Risiko? Das ist der Spread vom Short Call, der, bis zum ersten Long Call. Danach haben wir ja keins mehr, das liegt ja auf einer Ebene. Also der, sprich 10 auf 13. Der WIX hat einen Punkte-Multiplier, also Multiplikator von 100, wie Aktien und Index und ETFs. Macht 3 mal 100, macht 300 Dollar. Maximales Risiko. Wir haben bekommen einen Credit von 6,50 Dollar. Wie gesagt, wir setzen das Ding so eng, dass wir das für einen minimalen Credit, ne, die Gebühren sind noch drinne. Und das war's. Wir wollen kein Geld für das Teil haben. Wir wollen nur Geld haben, wenn der Markt nach unten kracht und der WIX nach oben. Fertig. So, 300 minus, was hat man gesagt, 6,50 Dollar, das ist euer maximales Risiko. 293,50 Euro. Und das ganze Ding darf maximal in vier Monaten 1% betragen. Oder pro einen Aufgesetzten, so wie jetzt eben im Bild, haben wir jetzt einen Monat wieder aufgesetzt. 0,25, ne, wären bei einem 100k-Konto maximal 250 Dollar. So, wo waren wir? Hier sind es jetzt 293. Macht den Braten theoretisch jetzt nicht fett, weil wir wollen ja sowieso nicht diese 293 verlieren. Ja, wer es jetzt ganz genau nehmen will, der muss jetzt hier ein bisschen noch hin und her schieben und sagen, hm, ich kann, da muss das, ne, hier am Delta irgendwo rumschieben oder in der Laufzeit von mir aus noch irgendwie 10 Tage nach unten. Das Originalsystem ist aber so, wie ich es halt zeige, wären es 293,50. Das passiert ja erst, wenn wir hier starten, der WIX geht ein bisschen hoch, ich sag mal hier auf 14 und dann bleibt der stehen. Und wie lange bleibt der stehen? 120 Tage. Und was macht man in 120 Tagen? Gar nichts. In Klammern, Fehler, Ausrufezeichen. Machen wir nicht. Boom, dann landen wir nämlich hier unten, ne. Die T plus 0 geht nämlich so, steigt der WIX, geht die T plus 0 Linie nach oben, wir laufen nach rechts in Profit. Genau das, was wir wollen. Wann könnten wir das Ding auslaufen lassen? In der Regel versuchen wir es auslaufen zu lassen, aber nur, wenn wir nicht in dem Bereich sind. Wenn wir hier oben sind, wir haben WIX von 21, 22, 23, was weiß ich wo, ne. Nach Corona war der ja, ich weiß, gefühlte Jahre irgendwie, ständig irgendwie bei 24, 25, 26, 26, mal 30, wieder 21. Wenn der dann hier ist und wir haben noch 8, 9 DTE, dann lasst ihr den auflaufen. Habt aber die Strikes hier im Blick, ne. Den hier zum Beispiel und den hier. Weil hier zwischen wollen wir nicht rein. Und wenn wir hier zwischen sind, dann setzen wir uns eine Regel, die kann jetzt jeder für sich selber definieren. Das ist unser maximales Risiko, nicht zu verwechseln mit dem Exit. Wenn der eine sagt, bei 200 Prozent von, ja, wenn hier 200, ne, nicht Quatsch, nicht 200 Prozent, so und so viel Dollar wechseln von meinem Konto, dann gehe ich raus. Da könnt ihr jetzt von mir aus auch eine Prozentzahl von den Kosten hier nehmen. Sagen wir mal, keine Ahnung, ich setze maximal, sage ich, ich will 100 Dollar verlieren. Ja, gut, der Kurs eiert hier rum. Steht jetzt bei 16, der Kurs, äh, hier unten, die, die, die Leiste läuft ab, nach 80, 90 Tagen. Ich hänge hier irgendwo drin, dann steht da minus 97, 50. Sag ich, komm her, das wird so riskant, ich mach den zu. Dann habt ihr da 97, 50 bezahlt. Passiert nix, ne, wie, ihr habt es ja hier gesehen. Hier ne, ö, Wix geht runter, nix passiert. Hier, ö, Wix geht noch weiter runter, nix passiert. Da haben wir keinen Bock, Kohle zu bezahlen. Da wollen, wir sind ja immer abhängig vom aktuellen Kurs drin, ne, wir gehen ja nicht irgendwo rein. Es passt ja immer zum aktuellen Markt, wenn wir jetzt da einsteigen, dann ist der Wix, ja, zum Beispiel hier. Jetzt würden wir hier einsteigen, weil jetzt hier heute ist. Da sind wir ja schon tief. Wenn jetzt nix passiert, ähm, Moment, was sind wir denn jetzt wieder hier? Und wir eiern hier hinten, hinter dem, ne, unter der 10, zum Beispiel, fallen jetzt auf 9. Ja, dann lass das Ding auslaufen, dann hast du nix verloren, ne. Es dümpelt da hier vorne rum, dann bist du hier vielleicht 30 Dollar Minus. Ja, dann machen auch zu. Wir hatten ja schon das Thema. Ich nutze 10% meiner Einnahmen vom Optionshandel für Teenies, ne, dann habe ich natürlich auch Back-Ratio-System, das läuft auch rollierend bei mir weiter. Plus sowas hier, ähm, gehen wir hier drüber, kannst du auslaufen lassen. Dann haben wir aber auch noch, äh, gesagt, wir haben ein Take-Profit von 150% der Kosten des ersten, des ersten Long-Puts. Also von dem kommen wir gleich zu, kommt im nächsten Bild und danach gehen wir ganz kurz nochmal aufs Live und dann sind wir auch schon fertig. Äh, ein bisschen aufwendiger heute hier, aber naja, gut, ne, für kostenlos kann man sich das ja mal angucken. Jo, ne, und mehr ist das nichts. Und dann macht ihr das Monat für Monat für Monat für Monat. Und dann kommt natürlich zum Tragen, wenn ihr jetzt eine Software habt, wie ich sag mal Options-Trat. Ich mache so einen Option-Net Explorer, ich baue mir eine Kampagne auf, ne, also jeden Monat, bap, 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 bap. Deswegen, wieso jetzt jeden Monat und wieso ist das nach vier, äh, nach vier, äh, Monaten quasi zu Ende. Also ich versuche jetzt mal, ähm, zumal, funktioniert das hier. Wir haben, wir setzen ein DTE, 120. Also machen wir hier eins, jetzt geht es wieder los, das Malen mit der Maus. Drei, vier, schreibe ich hin, Branchen, ne, 120. In Monat zwei, also das jetzt, hier erster Juni, ne, was haben wir jetzt, hör mal, erst mal, hier haben wir 120. Ersten, äh, aufgebaut, ne, so eine Tranche hier. Ersten Juni, 120. Was passiert hier? Der hat noch 90. Erster Juli, nächste Tranche, 120. Was passiert hier? 90. Was passiert hier? 60. Ich glaube, ihr merkt schon, wo daraus hinausläuft. Tranche 4, vierter Monat, 120. Was passiert hier? 90. Was passiert hier? 60. Kannst du so gut meinen. Was passiert hier? 30. Und jetzt haben wir es, Tranche 5 quasi, müssen wir dann hier machen, 120. Ne, 90, 60, 30, Zero. Jetzt haben wir wieder genau dasselbe. So, hier haben wir jetzt wieder 30 stehen, hier haben wir wieder 60 stehen, ähm, bep, 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 bep. Hab ich es jetzt richtig gemacht? 30, 60, 90, ne? 4, 1, 2, 3, 4. Das war's. Ne, und dann, Tranche 6, bumm, der raus. Dann ist der auf 0 und der auf 30 und so geht es immer weiter. Ihr habt immer vier Tranchen. Und wenn ihr euch das jetzt mal in Options-Draht dann baut, speichern, legt immer eine drüber. Ja, dann lass doch den, dann kann der Strike auch mal ein bisschen, äh, der Strike, dann kann der Wichs auch mal ein bisschen hin und her eiern und mal ein bisschen in die Grube. Die anderen, äh, ziehen es dann wahrscheinlich wieder nach oben. Ähm, können wir aber auch, wie gesagt, im Zoom mal machen, weil das wäre jetzt, da wäre ich ja nie fertig hier, ne? Aber ich wollte euch das auf jeden Fall schon mal zeigen. So, jetzt machen wir das wieder weg. So, jetzt geht's weiter. Zack. So, wenn es kracht, plus Take Profit. Also, Szenario. Jetzt haben wir mal das Ding aufgebaut und haben schon mal 70 Tage laufen lassen. Ne, das wäre ja alles andere, ist immer schön Malerei, ne? Lasst euch da irgendwie nicht immer ein Käse ziehen, besetzt es auf. Na, guck mal hier, wie toll deine T plus 0 da oben zieht. Ja, super, hast du ja auch gerade aufgesetzt, ne? Du müsst ja heute Nachmittag noch der Crash kommen, wenn ich es heute Morgen aufgesetzt habe, so ungefähr. Ne, wir haben es aufgesetzt mit 120, äh, 130 Tagen. Entschuldigung. Das Ding ist schon 70 Tage gelaufen. So, das heißt, meine T plus 0, hier ist die Grube, ne? Das ist jetzt aktuelle, der aktuelle Stand. Wir rutschen ja schon in die Grube weiter rein, wenn der Kurs so stehen bleiben würde, ne? Hier 13, was stand da hier? 13, irgendwie was. Ach, hab ich jetzt, ne, 12,X, das ist hier Break-Even-Point, 12,3 oder was hatte ich eben, ne? Ne, nochmal gucken, 12,55. Hier ist auch genau, der, die gestrichelte. So, wenn er jetzt hier stehen bleibt, rutscht er hier, die T plus 0, immer weiter runter, je weiter ich nach rechts komme. Und am letzten Tag, nach 130, dann bin ich in dem Fall, wenn jetzt der Kurs immer da stehen bleiben würde, genau hier. Dann haben wir da, was haben wir denn da? Minus 220 Dollar, ne? Haben wir ja gesehen, Maxloss 293, 220. Wenn es jetzt einer sagt, nö, ich kann nur so und so viel verlieren, 100 maximal, ja, dann gehst du nach, keine Ahnung, statt 130 nach 100 Tagen raus. Hast ja dann schon längst wieder wahrscheinlich die nächste Tranche, ne? Hier sind wir bei 70, da laufen ja schon wieder zwei andere im Hintergrund, ne? 30, 60, 70, dann fliegt die erste irgendwann wieder raus, dann kommt die nächste oben drauf und mehrere T plus 0, die werden ja zu einer addiert in der Kampagne. Ich glaube, das zeigt, zeigt das nicht OptionStrat auch an? Was macht die, OptionNet Explorer macht das zum Beispiel. Ist dann halt eine ganz nette Sache, so ähnlich wie beim Backratio-System. So, Szenario, erst nach 70 Tagen knallt es am Markt. Wix steigt von 13,5 auf knapp 22. Ähm, ja. Die IV des Wix steigt um 44 Punkte auf 180. Woher komme ich jetzt auf 44 Punkte? Wo war es? Äh, äh, äh. Die habe ich einfach mal genommen, ne? Also quasi jetzt Referenz. Ist ja nur ein Beispiel. Ihr könnt auf 50 nehmen, der ist auch schon ein wesentlich mehr gestiegen. Er ist aber auch schon mal nur 20 gestiegen. Ähm, jetzt haben wir mal die 44 genommen. Das heißt, was habe ich denn gemacht? Ich bin hier unten, können wir gleich, äh, ist ja jetzt ein Screenshot, kann ich ja nicht machen. Von hier 44 Punkte hochgegangen. In Klammern zeigt das dann auch prozentual an. Was passiert, wenn Wix, äh, wenn die Vola des Wix ist, ne? Der hat ja auch eine implizite Vola, die Option dann, und der Wix. Ähm, dann steigt die T plus 0 Linie weiter nach oben. Das heißt, ich komme schneller im Profit. So. Wir erreichen den Take Profit des mittleren Longs von 525 Dollar, also 150 Prozent der Kosten des 13er Golds. Dann gehst du hier raus, ne? Jetzt bist du auch schon jenseits von Gut und Böse hinter den Strikes, ne? Hier, bam, bam. Äh, hier ist ja quasi 0 Linie. Ähm, ja. Ja, also hier ist ja dann zu Ende, da gibt's dann irgendwann kein Minus mehr, dann kannst du die auch auslaufen lassen. Aber, ihr wisst, es macht im Wix immer diesen und dann diesen. Diesen, 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 diesen. Hoch, boom, runter, ne? Also, Kohle mitnehmen, nicht so lange rummachen. Wenn Profit da und Markt knallt schon oder alles geht nach unten, ähm, dann, jo, dann mal, äh, take Profit rein. Hier, zack, ne? 13er Call kostet 3,50. Ähm, 3,50, da geht da hin. Können wir auch noch machen. Ja, wo ist denn mein Rechner jetzt hier? Moment. 3,50, Rechner. So, dann gehen wir her. 3,5. Wie rechnet man das? Genauso wie beim Stopp. Mal, wir nehmen 150 Dollar. Mal 2,5. Ja, bei 8,75 der Option. Gehen wir dann raus. Ne, ihr macht ja auch, wenn ihr, wenn ihr einen Stopp macht, ähm, 200 Prozent, macht ihr ja auch den Optionspreis mal 3. Das müssen wir natürlich hier genauso machen. Oder ihr könnt es auch vorher schon ausrechnen. 3,5 mal 100. Das ist ja dann quasi, ne? Was habe ich denn jetzt? 3,5 mal 100 sind 350. Machen wir es so. Äh, haben wir hier eine Prozentdingens. Plus 150 Prozent sind 525. Das ist wieder genau das, was hier steht, ne? Macht dann wieder einen Optionspreis. Ähm, ja. Keine Ahnung, was habe ich denn jetzt gemacht? Hier 525 durch 100. Speichert der denn hier irgendwas? Durch 105 Dollar 25. Ne? Wenn der Optionspreis von 3,50 auf 5,25 geht, gehen wir raus. 3,50 auf den mittleren Strike. Also auf den, oder auf den ersten Long Call, zack, 150, bumm, da, ne? Feierabend. Das war es gewesen. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz in Option, Options, da haben wir das Ding auch. Expiration Profil, exakt dasselbe Ding. So sieht es aus, wenn, wenn, äh, nix ist. Ne? Jetzt seht ihr auf einmal, wächst 138. So. Jetzt 44 Punkte hatten wir, ne? Im Referenz-Screenshot. So. Dann gehen wir nicht her, wie das die ganzen Superhelden machen. Dann, oh, guck mal da, super, ne? Hier, was du da verdient hast, hier, 1200 Euro. Ne, man muss sich an realitätsnahen, echten, ne, nicht realitätsnahen, echten Werten orientieren, ne? Am besten hat man das noch irgendwie in Excel und kann einen Querschnitt ziehen und weiß, okay, im Durchschnitt, wenn das und das passiert, steigt die IV in Underline XY, in dem Fall im Wix, um so und so viel Prozent. Wir haben gesagt, 44 Punkte. Kann man in Options gerade ja super machen. Ich habe noch nicht mal mehr die kostenlose Version, sondern, äh, die kostenpflichtige, sondern die kostenlose Version geht also auch. Ich seht schon, ich habe hier keine Kriechen und keinen Chance of Profit drin. 44 Punkte hoch, also. Da unten, äh, 44, jetzt muss ich mal rechnen, ja, 138 plus 44, 182. Da hätte ich euch in den Screenshot gucken können. Jetzt seht ihr schon, ne? Ups, sorry. Wie die T plus 0. Boom, euch in Profit hebt. So, wir gehen aber nicht hier hin, wie die, wie die Helden der Nation. Nein, wir gehen auf 182. So, da sind wir jetzt in der Realität ankommen. So, der Wix ist unten. Der Wix knallt hoch. IV geht um 44, äh, Wix-Punkte nach oben. Ähm, ne, also ein Prozent, das hat er angezeigt. 48 Prozent. Ähm, so, ohne dass der Wix sich jetzt überhaupt bewegt, der bewegt sich natürlich mit, aber er hat sich noch nicht bewegt. Erstmal ist nur die Wohler im Wix gestiegen. 93 Dollar vorne. Ne, wir machen das nochmal anders. Wir hatten ja gesagt, 70 Tage. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, wir sind ja so gut, wir lassen das Ding hier einfach auch die 70 Tage laufen. So, jetzt ist schon mal 70 da rum, ne? Ihr seht schon, die T plus 0, bis nach unten rein haut's die. Wir sind immer realitätsnah. Ja, und, ähm, nicht irgendwie, ach, morgen kriegen wir einen Crash. Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ihr wirst, irgendwann wird er kommen, in den nächsten 70 Tagen, das sind ja zwei, schon bald die zweieinhalb Monate, da wird schon mal irgendwie vielleicht was passieren, ne? Wenn ihr eure Wix-Kurse da anguckt. So, jetzt haben wir Minus. Jo, Pech. Jetzt geht der Wix hoch von, äh, 12,5 auf, keine Ahnung. Hier, aber ihr seht's ja schon. Ihr kommt ja schon sofort in Profit. Und, auf hier, Wix, Wix 14, ne? Gut, 33 Dollar. Ist natürlich jetzt nix Tolles, aber wir sind ja auch schon weit gelaufen. Aber wenn's jetzt richtig knallt, und wir kommen in ein paar, ein 20er Bereich, ja, boom, ne? Was heißt richtig knallt, das ist ja auch noch nix. So, da sind wir jetzt gerade mal hier beim Wix 20, 400 Dollar. So, Take Profit erreicht. Boom. Hier, 525 oder was ich eben hatte, ne? Ein Wix von 21,6. Was meinst du, wo der Wix hingeht, wenn's richtig rappelt? Das ist jetzt schon mal vielleicht eine schärfere Korrektur. Wir gehen von 12,5, wupp, innerhalb von 10 Tagen, sag ich jetzt mal, dahin. Äh, klar, dann steigt, äh, das Ding steigt dann natürlich. Also, ihr läuft das Wega ja noch gegen euch. Ja, dann habt ihr trotzdem bei Wix 22 immer noch eure 550 oder hier bei 21,495. So, dann ist das Ding natürlich auch noch skalierbar, ne? Hat ja nicht jeder jetzt 100.000, manche haben nur 20.000. Ähm, da bist du vielleicht mit Teenies besser beraten. Da brauchst du vielleicht gar nicht unbedingt so ein System. Okay, einer haben 500.000, einer haben eine Million. Ja, die handeln ja natürlich dann nicht, äh, verkaufe ein und kaufe zwei. Die verkaufen dann 10 und kaufen 20, ne? Boom, dann steht dann hier nicht mehr 600, sondern 6.000. Tralala, dazu Teenies, dazu Backratios. Aber nichtsdestotrotz finde ich richtig geiles Teil. So, und was passiert jetzt, wenn... Es passiert jetzt gar nichts. So, wir stehen jetzt wieder hier. Ähm, na, das ist jetzt quasi der Beginn. Da, 0 Tage, es passiert nichts. Bep, 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 bep. Der Kurs steht von mir aus. Ist ein bisschen gestiegen von hier 12,5 auf, sagen wir mal, 13. Da bleibt der jetzt stehen. So, jetzt haben wir 109 Dollar Minus. Da kannst du doch ganz entspannt nach 3 Viertel... Das ist ja noch nicht ganz 3 Viertel. Was ist denn 3 Viertel? Ein Viertel von 130. Sind es 65. Ach, keine Ahnung. Hier irgendwo. So, und wir stehen hier. Wichs steigt. Ja, schade, aber es passiert nichts. Hast du 106 Dollar Minus. Ja, dann geh mit da raus, ne, wenn du dann... Aber, wir hatten ja auch schon vorher ausgerechnet, der Worst Case Loss war, was war denn das zum Beispiel, 250 oder was hat man gesagt, auf ein 100er Konto. Ja, kannst du theoretisch auch sagen, nö, dann bezahle ich halt Geld. Du kannst, hast ja auch immer noch das Risiko, dass du selbst hier nach 120 Tagen, ne, der Kurs steigt, also nicht der... Ja, der Wichskurs geht ein bisschen hoch. Auf einmal passiert doch was. Bumm, dann kommst du trotzdem in den Gewinn und bist gerade hier bei einem Wichs von, ja, 19,6 jetzt, sag ich mal, ne. Der kann ja auch hierhin gehen. Immer noch. Auf Wichs 25 hast du immer noch 711 Dollar gemacht. Das muss natürlich jetzt jeder für sich ganz allein entscheiden. Gehe ich hier raus aus dem Teil der Tränen? Wohlgemerkt, ihr habt nicht nur eine laufen, sondern vier Branchen. Dann werden es jetzt... Natürlich sind es jetzt keine 400, weil die andere, wenn jetzt der hier, ja, sagen wir mal, 90 läuft, ne, nach 90 Tagen, dann bist du jetzt hier irgendwo, sagen wir mal, bei 80 Dollar Minus. Dann hat der andere ja nur noch 60. Natürlich jetzt schon wieder mit einer anderen Laufzeit, mit anderen Strikes. Ich sage nur, was hat man jetzt eben gesagt? Ich weiß gar nicht, wo ich war. Auf jeden Fall, da hast du vielleicht 40 oder 50 Minus. Ganz blöde gesagt, natürlich, ne. Ihr müsst habt dann andere Strikes wahrscheinlich im nächsten, weil der Wichs sich dazwischen bewegt hat. Ganz andere im Verfallstag. Aber so meine ich, der, jetzt bist du viel im Minus, der Nächste ist vielleicht sogar ein Plus, weil du irgendwo weiter, äh, noch weiter unten aufgesetzt hast. Dann ist der Wichs doch gestiegen, hat für den, für die Tranche aber nicht mehr gereicht, weil der Verfall zu weit fortgeschritten ist. Ne, der geistige Verfall, würde ich schon sagen. Äh, kommt wahrscheinlich auch noch in den nächsten 30 Jahren bei mir. Ähm, ja, und die jüngeren Tranchen sind vielleicht ein bisschen im Plus. Deswegen ist es auch cool, wenn man sich das Ding dann hier über Safe Trade, ähm, vielleicht da rein macht, ne, und dann das als Kampagne beobachtet. Also, wie gesagt, der Erste fliegt dann entweder raus oder ihr lasst den auslaufen, entweder hier unten, weil ihr unterhalb vom Wichs seid. Ist natürlich jetzt relativ unwahrscheinlich, dass wir auf dem Wichs von 8 fallen. Aber der wird ja auch mal wieder irgendwann hier auf 16, 17, 18 stehen. Dann habt ihr dann vielleicht bei 14 aufgesetzt, den Short. Und dann geht er runter, 13, 12,5, dann dümpelt er da rum. Dann habt ihr quasi hier oben die Linie. Dann habt ihr am Ende eure 6,50 Dollar Credit vielleicht oder 10 oder 15. Mehr würde ich auch nicht nehmen. So 10 Dollar ist so die Grenze. Ja, und dann, ähm, kann man das, ähm, auch auslaufen lassen, ne. Oder hinter dem, äh, Strikes hier, könnt ihr es natürlich hier oben auch auslaufen lassen. Da seid ihr hier aus dem Tal der Tränen. Hier seid ihr ja dann raus, ne. So, was haben wir noch? 33 Minuten, ne. Das wird mal ein richtiges Höllenvideo hier heute wieder von der Zeit. Nochmal ganz kurz, wie man es aufsetzt. Jetzt habe ich hier, äh, ja, den 1. Mai, ich habe keine Live-Daten, muss TWS anschließen. Aber dann verreckt mir manchmal, äh, meine Videogeschichte hier. Ähm, ne, haben wir jetzt hier wieder hergenommen. 112 DTE, 140, ne. Das nächste, was dann 120 dran ist. So, hier oben, Colt, Putz, wir gehen her, wir verkaufen. Um Delta 80, ähm, verkaufen wir ein. Das ist jetzt hier in dem Fall am 1. Mai, da hätte es jetzt nicht mehr Delta 10, da hätte es jetzt Delta 12. Wenn jetzt runtergerutscht wäre, nach 120 Tagen, Delta 11, 10,8, 11,2, kannst du da auslaufen lassen, ne. Natürlich mit dem Restrisiko, wenn es nach oben kracht, aber wenn die Bola mit anzieht, hebt die T plus Null-Linie selbst, jetzt habt ihr ja gesehen, nach 70, 80 Tagen noch, äh, nach oben. So, verkaufen wir. Wir haben jetzt gekriegt, was haben wir denn gekriegt hier? Mitpreis ist 495, da 413, ist natürlich jetzt Gebühren mit drin, ne. 495, das finanzieren wir mit zwei Long Puts, hintereinander liegen, möglichst. So, bei 495 wissen wir schon, äh, da muss ja irgendwo im Bereich 2,50 Dollar liegen, ne. So, da kannst du jetzt hernehmen, machen es mal ganz doof, den 15 auf 16. So, was haben wir? 58 Dollar Minus, ne. Ihr seht schon, wie das Ding aussieht. Ne, wollen wir nicht. Dann machen wir den hier hin. Ne, geht auch nicht. Dann machen wir, was können wir denn noch machen? Warte mal, ich habe es doch vorhin auch schon einmal gebaut. 16, machen wir den da hin. Und dann schieben wir das immer hin und her. So, jetzt haben wir 10,20 Dollar, unsere Grenze. Jetzt haben wir verkauft, ähm, ein 12er Call. Ein G kauft, ein 16er und ein 17er. Letter System, ne. Nicht Back Ratio. Back Ratio wäre, wenn die zwei aufeinander liegen. So, ne, hier unten, boop. Max Loss bezieht sich natürlich auf den ersten, so wie ich es erzählt hatte, weil danach ist nichts mehr, ne. Dann bleibt das Ding gleich. So, wenn jetzt der Kurs nach oben läuft, dann seht ihr das ja schon hier unten, ne. Hier ist jetzt minus 5, das sind jetzt die Gebühren. Und dann bewegt sich das Ding da unten ja auch, das Schildchen. So, jetzt steigen wir von Wix. Was hat man denn hier für einen Wix? Wix, äh, achso, 12,5, ne, der rote Point, äh, Punkt. So, jetzt gehen wir mal hier auf Wix, 22. Es knallt jetzt mal, pfff, gehen wir hier hoch, haben wir 324 Dollar. Ungefähr, ne. 324, seht ihr da, P und L dann hier auf dem Schild. So, was passiert jetzt wahrscheinlich? Wir sagen einfach mal, der Wix steigt jetzt nicht um 44, sondern um 20. Ist jetzt bezogen, ist mir aber auch gerade im Hintergrund aufgefallen, mein dusseliges Foto, äh, mein Videobild ist genau da, wo ich die Zeit nach vorne laufen lassen kann. Deswegen mache ich es jetzt, als wenn es jetzt quasi jetzt, äh, ja, heute der Trade aufgesetzt und heute knallt, ne. Ist jetzt natürlich ein bisschen unrealistisch, seid ihr bei 430, ne. Der mittlere Call kostet 255, also 255 Dollar bei 150 Prozent, gehen wir raus, macht 637. Das wäre dann hier irgendwo quasi hier, wenn der Wix bei, sagen wir mal, knapp 25 steht. Wenn die Zeit natürlich läuft, kann ich jetzt nicht simulieren, ich könnte es höchstens simulieren, indem ich jetzt das hier drüber mache. Dann bewegt sich die T plus Null Linie natürlich dann irgendwann hier unten rein und dann müsst ihr natürlich immer weiter steigen, ne. So, dann seid ihr bei, ja, hier bei 24er nur noch bei 413. Mache ich das jetzt mit den 44 Prozent, rappelt es natürlich, ach ne, ich war minus 44, plus 44, na, das hat er denn jetzt hier, 44. Ja, gut, wäre natürlich jetzt aufgesetzt und heute Nachmittag rappelt es, ja, dann haben wir natürlich schon den Take Profit, wenn der Wix nur auf 21 steigt. Von aktuell hier 15, nee, last 15,8. Bei 15,8 steht der Wix und er muss nur auf, ja, 22 steigen, um hier unten mein, ach ne, 637 hat man. Ja, also muss er steigen auf 23,5 ungefähr. Ja, so ein 8,5 Punkt, das sollte ja nicht so schwer sein für den Wix, ne, wenn es 20 steigt wird. Zack, Take Profit drin, nächsten Monat, nächste Tranche rein. So, Freunde, das war es aber jetzt auch gewesen. Ich habe da nochmal das Schlussbild vom Strangle, jetzt ist wirklich Endphase. Wenn das Wochenende rum ist, mal Schicht damit, entweder 50 Mann drin oder nicht. Es sind auch ganz viele, die das schon gekauft haben für 130 aus dem ersten Webinar. Ja, deswegen, ne, die denken sich, komm her, dann spare ich nochmal 29 Euro. Kannst du natürlich gehen für eine Hand stellen und nix, ne. Ist ansonsten das identische Webinar, aber halt mit Fragen live gestellt. Ich bin, ist ja logisch, ja live, ne. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute das Ding jetzt hier als Aufzeichnung gekauft haben. Deswegen habe ich es hier noch hingeschrieben. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon längst 70, 80 Leute. Aber ich bin ganz froh, wenn es maximal 50 wären, vielleicht wären es nur 45, sind es ja schon. Ja, ne, also entweder die Aufzeichnung kaufen oder halt. Das live dabei ist am 10. Juni. Carsten.Zipel at CarstenTrader.de Ich verabschiede mich jetzt. Wir haben 38 Minuten vollgemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ergänzungen zu der Strategie habt oder Ideen, bitte unten rein. Ich gucke mir das wirklich gerne an. Ich bin immer am Basteln mit Strategien. Ich ziehe mir natürlich auch viel von allen Seiten irgendwoher. Baue das um und gucke und teste und mache. Ja, ist ja nur der eine das Hobby, der andere das. Jetzt habe ich kein Motorrad mehr. Jetzt kann ich nur ein bisschen Quad fahren. Und dann bin ich halt Strategietester geworden, sozusagen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mal bitte ein Like da. Kommentiert gerne unten rein. Wer alles beim Strangle dabei war, beim letzten Gewinn gestern, kann auch unten reinschreiben. Da freue ich mich ja immer ein zweites, einen zweiten Bauchnabel, sage ich lieber. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und schönes Wetter. Bei uns stürmt es auf Zypern in Deutschland. Ist, glaube ich, schön. Und in zwei Wochen bin ich auch da drüben. Dann können wir auch keinen Zoom mehr machen. Aber danach wird er, ja, gehabt euch wohl. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.